Die Memories von GAU ist eine 16-Schuss-Batterie mit selbst angegeben Fontäne gratis. Müsste inzwischen jeder von euch kennen. Sie ist ja bekannt geworden durch die extrem lauten Salutschläge am Ende. Kommen ja fünf Schuss nacheinander raus. Soll ja extrem heftig sein. Ich hatte sie noch nicht, deswegen werde ich sie heute testen und wünsche euch viel Spaß bei der Zündung. Zündung Zündung